Könnt ihr etwas bewegen bei eurer Arbeit? Oder fühlt ihr euch manchmal mehr so wie im Hamsterrad? Gibt es einen Berufstraum, den ihr gerne noch verwirklichen würdet? Ich bin Mathes Morgenthaler und begleite seit 25 Jahren Menschen auf dem Weg zur Berufung. Am 1. Juni spreche ich am Online-Themenabend der Alumni Uni B mit Barbara Studer und Kaspar Schmocker über die Frage, wie man aus seinen Leidenschaften den eigenen Traumberuf machen kann. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Musik Musik Musik